Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin der Toto und nochmal zurück zu dem Bücherrätsel der ersten Miene. Erstmal Dankeschön an alle, die mir über Facebook und YouTube die Lösung haben zukommen lassen. Ja, aber trotzdem möchte ich hier nochmal ein Video gerade erklären für die, die da großartig noch rumsuchen. Die Bücher, ja, also. Links, rechts, links, rechts, links, rechts. Dann haben wir hier noch links und rechts. Okay. Dann gehen die beiden da auf. Oh, ich gehe nochmal hier oben drauf. Komm runter da. So müssen die Bücher stehen. Einmal da runter. Einmal da rüber und dann war es das auch gewesen. Dann bedanke ich mich für euch fürs Zusehen. Lasst mir ein Like und ein Abo da. Folgt mir auch auf meinem Kanal, auf meinem Gaming-Kanal Toto spielt auf YouTube und auf Twitch. Bis zur nächsten Folge und Tschüss, sagt dir Toto.